Im heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Solibri die Regel Sol 233, zulässige Balkenüberschneidung, anwenden können. Ich öffne zuerst einmal die Regel mit einem Rechtsklick und hier drin habe ich dann die Möglichkeit, zuerst einmal bei überprüften Komponenten die Balken einzutragen, welche ich überprüfen möchte. Das sind dann auch Verbindungsbalken weiter unten oder direkt darunter noch die Tragkomponenten, die wir hinterlegen können und anschließend können wir in der Regel dann sagen, welche zulässige Fläche diese Balken haben. Das heisst, in dieser zulässigen Fläche dürfen Komponenten drin liegen, das ist erlaubt. Wir sehen das hier in diesem grünen Bereich und ich kann diese Fläche selber festlegen. Ich gebe hier bei den Enden links und rechts mal 50 mm ein und Sie sehen dann direkt in der Vorschau, dass diese Vorschau angepasst wurde und ich jetzt auch links und rechts einen Balken oder einen Rand habe, in welchem keine Elemente drin liegen dürfen. Eins darunter gebe ich dann ein, welche Komponenten ich überprüfen möchte, also Leitungskanal, Rohr und so weiter und dann schließe ich die Regel und kann das Modell auf diese Balkenüberschneidungen prüfen. Und wir sehen dann direkt unten im Ergebnis hier einen Balken, welcher von einer Rohrleitung durchstoßen wird, die nicht in dieser zulässigen Fläche liegt und das müssen wir jetzt als Fehler anzeichnen und diese Rohrleitung muss natürlich ein bisschen nach oben verschoben werden. Das Ganze können wir aber auch missbrauchen, um zum Beispiel Sperrbereiche bei Wänden zu prüfen. Wir können also zuoberst nicht die Balken hinterlegen, sondern die Wand als Komponente. Verbindung und Tragkomponenten müssen wir nicht definieren und ich kann dann auch hier wieder eingeben, welche zulässige Fläche die Wand haben soll. Also wir haben jetzt hier einen schönen Sperrbereich rund um die Wand herum von 20 cm. In diesem Bereich darf dann das Komponentenrohr nicht vorkommen und auch hier, wenn ich Ihnen die Ergebnisse zeige, haben wir dann eine sehr einfache Prüfung, wo wir bei Wandelementen sehen, ob eine Rohrleitung in diesem Sperrbereich liegt oder ob sie korrekt durch die Wand durchläuft. Wir sehen uns beim nächsten Mal.